Die Coinbase Aktie wird am 23.04.20 Uhr bei der Frankfurter Börse und bei der CETRA nicht mehr handelbar sein. Wieso komme ich jetzt darauf? Was ist sozusagen die negative News, die das sozusagen hervorgerufen hat? Und wieso soll die Aktie nicht mehr handelbar sein? Was ist überhaupt das Problem? Dann stellt sich natürlich auch noch die interessante Frage, wie kann man das Problem lösen und was sind die Auswirkungen von diesem Problem? Darauf werden wir definitiv im heutigen Video eingehen. Wir analysieren trotzdem noch die Aktie und gucken an, welche Punkte sozusagen wichtig für den Einstieg sind, falls man mal wieder handeln könnte. Das aber am Ende des Videos. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Kanal Trading Show. Wir analysieren heute die Coinbase Aktie mit Hilfe der technischen Chartanalyse und gehen heute explizit auf dieses Problem ein und wie man das eventuell auch lösen könnte. Dazu komme ich gleich zu sprechen, aber vorerst 80% die meiner Videos sozusagen gucken, haben noch nicht abonniert. Deswegen würde ich mich definitiv freuen, wenn du einfach mal ein Abo-Domord anlachen würdest, um mich als YouTuber zu unterstützen. Dankeschön, schon mal im Voraus. Jetzt gucken wir uns an, was hier überhaupt bei Coinbase passiert ist. Die Coinbase Aktie hatte letzte Woche den IPO und wir haben hier direkt eine positive Resonanz in den ersten 30 Minuten gesehen, das allerdings auch nicht lange angehalten hat. Wir sind in den ersten 30 Minuten sozusagen gut gestiegen, wir haben ein neues Allzeithoch bei ca. 428 US-Dollar festgelegt, doch dann ging die Aktie wieder in diesen fallenden Trend. Wir haben eine Trendwende gehabt und wir sind knapp 26% gefallen. Das ist natürlich eine etwas kleinere Enttäuschung für die Anleger gewesen. Was heißt eine etwas kleinere Enttäuschung? Das tut natürlich schon etwas doller weh. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Seitwärtsbewegung, wo wir heute ganz knapp zum Börsenstart sozusagen runtergekommen sind. Der Börsenstart heute war jetzt sozusagen nicht so optimal, wenn man das vielleicht mal vorwegnehmen kann. Aktuell sind wir gerade auf der Höhe, wo wir letztendlich gestern Abend sozusagen aufgehört haben. Und mal gucken, wie das weitergeht. Aber jetzt sozusagen zu dieser These. Coinbase soll am Freitag bei der Frankfurter Börse und bei der Cetra Börse nicht behandelbar sein. Wieso? Was ist das Problem? Und dazu müssen wir wahrscheinlich etwas weiter ausholen, denn für jedes Wertpapier muss ein sogenannter LEI-Code, was letztendlich ein individueller 20-stelliger Code mit Stammdaten vorliegen hat. Also das brauchen wir letztendlich. Das ist die Voraussetzung. Die hilft letztendlich auch bei der Identifizierung des Unternehmens. Und letztendlich auch ist es eine Voraussetzung für den Handel in Europa. Das heißt, deutsche Börsen sind davon auch betroffen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen diesen LEI-Code nicht vorliegen hat, dann führt es dazu, dass man dieses Unternehmen früher oder später nicht mehr handeln kann, dass man sozusagen hier ähnlich wie bei Coinbase eine Handelsbegrenzung hier durchleben muss. Aber jetzt stellt sich die Frage, wo ist der Bezug zu Coinbase? Und da ist das natürlich schon vielleicht vorhersehbar. Bei der Handelsaufnahme von Coinbase ist der LEI-Code für eine Coinbase-Einheit verwendet worden, der nicht der Gesellschaft zu ordnen sei. Und da haben wir generell diese fehlerhafte Angabe vom Code, von diesem LEI-Code. Und genau das führt halt dazu, dass man hier eine Handelsbegrenzung sozusagen ab Freitag hat, dass man diese Aktie nicht mehr kaufen kann. Und das hat natürlich auch gewisse Auswirkungen. Und dazu kommen wir jetzt zu sprechen. Einerseits ist die Auswirkung, wie schon vorweggenommen, man kann dieses Unternehmen nicht mehr an der Börse handeln. Man kann sozusagen hier keine weiteren Aktien von kaufen. Und da könnte man vielleicht noch einen expliziten Punkt ansprechen, was jetzt zum Beispiel auch eine weitere Auswirkung hat. Das kann natürlich auch Auswirkungen auf die Aktie haben, die letztendlich bei den nordamerikanischen Börsen ja noch weiterläuft. Das ist ja da nicht das Problem. Das Problem ist ja ausschließlich in Europa und jetzt auch explizit in Deutschland. Und dadurch, dass weniger Leute diese Aktie handeln können, dadurch, dass sozusagen diese Handelseinschränkungen bei Deutschland greifen, hat man sozusagen auch das Problem, dass weniger Geld in die Aktie fließt. Um vielleicht mal einen Wert zu nehmen, wurden seit Börsenstart knapp 100 Millionen Euro sozusagen mit Coinbase-Aktien gehandelt. Und das ist natürlich jetzt erstmal nicht so viel, aber das ist auch ein wichtiger Anteil. Und wenn der fehlt, könnte das natürlich auch die Nachfrage dieser Coinbase-Aktien senken. Und das führt allgemein vielleicht auch zu fallenden Kursen. Also erstmal ziemlich negativ, wahrscheinlich auch ziemlich negativ für die US-Amerikaner, die jetzt letztendlich auch in diese Aktie investiert sind. Und da kommen wir jetzt zu dieser Lösung. Wie kann man dieses Problem bewältigen? Was geht es weiter? Was muss Coinbase sozusagen machen, um letztendlich hier aus dieser Nummer noch irgendwie gut rauszukommen, dass in Europa diese Aktie auch wieder gehandelt werden kann. Und zwar kommen wir jetzt dazu, zu dieser Lösung. Und die Lösung ist an der Stelle wahrscheinlich auch wieder ziemlich naheliegend. Und zwar muss Coinbase einen neuen LDE-Code beantragen. Aber das ist natürlich mit einem etwas höheren Zeitaufwand verbunden. Da muss man sozusagen erstmal durch dieses ganze Prozedere durch, bis die Aktien dann letztendlich wieder gehandelt werden können. Wenn die das schaffen, wenn dieser neue Code beantragen wurde, dann können die Aktien letztendlich auch wieder in deutschen Börsen gehandelt werden. Dann kann man diese Aktien letztendlich auch wieder bei Trade Republic kaufen. Und darauf warten wir jetzt, dass es sozusagen die Sache, dieser Schritt der Coinbase sozusagen jetzt machen muss, bis wir hier wieder diese Handelsbedingungen, diese Handelsbeschränkungen aufgehoben haben. Und das hoffen wir, dass dieses Unternehmen sozusagen diese Richtung geht und das letztendlich auch vollzieht. Aber jetzt erstmal zum Chart. Ich habe gerade darauf hingewiesen, dass wir hier eine Seitwärtsbewegung vorliegen haben. Die Aktie bewegt sich letztendlich horizontal und da etwas breit gestreut. Da wir haben an einem Tag mal wieder mehr Kaufdruck, dann mal wieder mehr Verkaufsdruck. Das ist halt ein normales Szenario in einer Seitwärtsbewegung. Und da kann man innerhalb dieser Seitwärtsbewegung prinzipiell auch noch Entscheidungen treffen. Man könnte probieren, hier in dieser Seitwärtsbewegung diese Aktie zu kaufen, beziehungsweise zu verkaufen. Und da muss man differenzieren, ob sich das lohnt. Will man dieses Risiko sozusagen aufwenden, um jetzt vielleicht noch ein paar Prozentchen hier sozusagen abzugreifen oder sollte man das lieber lassen? Generell würde ich jetzt aber erstmal sagen, da sozusagen die Handelsbegrenzung am 23.04. sozusagen anstehen, würde ich hier erstmal verzichten, in Coinbase sozusagen zu investieren. Ich weiß gar nicht, ob man diese Aktie aktuell noch bei Trade Republic kaufen kann. Ich gehe mal eben kurz parallel hier auf diese App drauf und dann kann man das sehen. Ich meine, ich habe bei der Aktie gesehen, dass man doch, man kann sie noch kaufen. Also ab den 23.04. gilt sozusagen dieses Kaufverbot. Und was das für Auswirkungen hat, das kann man zwar jetzt erstmal noch nicht so drastisch sagen, aber ich bin auch überzeugt, dass das vielleicht nicht so große Auswirkungen auf das Unternehmen, auf diese Aktie hat, denn Coinbase ist halt schon einer der führenden Unternehmen in diesem Bereich. Und hier wollen wir einmal kurz differenzieren, ab wann könnte man kaufen und da muss man allgemein nur wissen, wann sind die Kaufsignale bei einer Seitwärtsbewegung gegeben. Wir haben einerseits mehrere Signale in der Seitwärtsbewegung, einerseits können wir natürlich die obere Trendlinie bei ca. 345 US-Dollar überqueren, andererseits natürlich auch die untere. Wenn wir diese untere Trendlinie durchqueren, sozusagen auch unterqueren, dann ist es meistens aber mit negativen Resultaten verbunden, sozusagen wenn der Kurs allgemein auch unter dieser Trendlinie schließt. Das heißt, wenn wir sozusagen hier den Börsenschluss haben, der bei den US-amerikanischen Börsen um letztendlich 22 Uhr ist, dann, und wir wirklich noch drunter sind, dann ist das negativ einzustufen. Wir sind sozusagen hier nur kurz runtergedippt, deshalb ist das jetzt erstmal nicht so tragisch. Aber, wenn das Gleiche sozusagen in die andere Richtung passiert, wenn wir sozusagen hier nach oben über 345 US-Dollar rüberkommen, dann haben wir wieder positive Chancen hier, auch mit positiven Resultaten im Kursbild zu rechnen, auch mit positiven Zahlen und etwas größeren Renditen wahrscheinlich. Und da würde ich meine Prognose erstmal so belassen. Wie schon eingezeichnet, haben wir hier sozusagen das Kaufsignal, wenn die Aktie für über 345 US-Dollar rüberkommen, dann wäre der Zeitpunkt, wo man sagen könnte, ja, ich steige jetzt ein, ja, ich kaufe jetzt diese Aktie. Die Prognose würde ich dennoch hier bei ca. 365 US-Dollar belassen. Ich probiere das mal eben kurz noch etwas länger zu ziehen. Das ist jetzt erstmal meine kurzfristige Prognose. Langfristig, das heißt in mehreren Jahren kann das Unternehmen natürlich auch schon wieder besser stehen. Diese einzelnen Kryptosachen, das ist wirklich ein Punkt, der auch zukunftsrelevant sein könnte. Dieses dezentrale Handelswesen, dieses Finanzwesen, was auch generell vereinfacht ist, dass man auch wirklich einfach diese einzelnen Bitcoins, diese einzelnen Kryptowährungen austauschen kann und generell auch damit handeln kann. Das ist eine Sache, die definitiv interessant ist und die definitiv auch zukünftig noch in Gedenken halt sozusagen sein wird. Wir haben auch eine gewisse Präsenz halt auch in den zukünftigen, in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Und da kann man auch mal noch sagen, dass diese Aktie von dem Zusatz, von diesem Krypto, den wir aktuell wirklich haben, profitiert. Wenn jetzt zum Beispiel der Bitcoin steigt aufgrund von positiven News oder aufgrund von irgendwelchen Leuten auf Twitter, die wieder diese Rallye sozusagen anheizen, dann führt es auch dazu, dass Coinbase davon ebenfalls profitiert. Also haben wir sozusagen eine Aktie, bei der man sozusagen in eine einzelne Kryptowährung investiert. Ist vielleicht ein bisschen vereinfacht jetzt gesagt, aber prinzipiell kann man das schon so formulieren. Und an der Stelle würde ich mich einerseits bedanken für eure Unterstützung. Es ist krass, wie schnell dieser Kanal wächst. Einfach großes Dankeschön, geht raus. Wie gesagt, zehn Videos die Woche sollten es sein. Jede Woche, untere Woche, Montag bis Freitag, zwei Videos an einem Wochentag, nehme ich mir sozusagen das Recht und produziere nur ein Video. Und natürlich am Samstag den sogenannten Wochenrückblick, wo wir die ganze Woche nochmal rückführend betrachten und gucken, wie sich die einzelnen Aktien entwickelt haben. Also wie gesagt, würde ich mich definitiv über ein Abonnement freuen. Auf jeden Fall, großes Dankeschön an euch. Und an der Stelle haut rein, macht's gut und cheerio.